Feiermausen, da liegt jemand Durst. Oh mein Gott. Ah, du Rattenkönig. Schau dir den Drossler. Steh auf und schieß doch. Komm weg. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. 2. 4. 4. 5. 6. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 16. 18. 17. 20. 21. 21. 21. 22. 25. So, bin wieder da. Bin wieder da Leo. Machen wir mal ganz eine Flasche Wasserkohl. Eine Flasche. So, die Spheiotik hier. Bist du drinnen, Leo? Was machst du denn? Ich spiele jetzt ganz die Kiro. Ah, klar. Wenn du ein neues Spiel. Ja. Ja. Mh, mh, mh. Einstellungs-Sperch. Was denn? Hat du schon mal die Kiro gespielt? Ah, ich hab mal gespielt, aber ist nicht so meins. Na? Weil wir ein bisschen grau... Ich weiß nicht mehr genau. Ich hab alles vergessen. Aber sie hat mir nicht gespielt. Weißt du, bei den einen Dicken, bei der Schmetter liegt schon? Glaub schon, ne? Oder bei dem Dicken, der was... sauft? Ich hab's vergessen. Ich weiß nur, der Nacken habe. Ich glaube, ich hab was aufgemacht. Und den Dicken mit der Nacken, der was sauft oder so, ne? Weißt du, der Dicke da. Weißt du, der immerhin, der, weißt du, nicht die ganze Zeit hin und her rennt. Mh, mhm. Mh. Mh. So. Dekorativer Brief. Mh. So. Und da kommt später dann auch ein Gegner. Alter, wie können die von 10 Kilometern schießen? Ja. Schwulanden. Mh. Oh, ne? Mh. Asche. Es ist keine Zeit, verstehst du? Mh. Ich hab grad Zeit. Wo bist du denn grad? Ich bin auf Experte letzter Stufe bald. Ah, okay. Mh. 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 Mh, ey. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Alles läuft gut. Habt ihr wieder geschafft. Bam, bam, bam. Was ist denn da jetzt schon wieder los bei uns? Polizei. Rettung. Wieder. Maria. Tja. Was ist denn? Okay. Da. Tja. 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 so, ich kann es dir runter nehmen, jetzt geht es wieder, jetzt hält es dir nicht mehr so, ich kann es dir nicht mehr Ah wey. So. Drinnen, ja. So. Und da drüber springen. So. Mhm. Na, das war jetzt nix. Da kann man eben da rauf springen. Das macht nix. Da krieg ich es runter. Da bist du tot. Hm. Na kommen. Pah. Ich bin aber auch lang nix mehr gespült. Für Sekiro. Na. Lang nix mehr. So und jetzt bist du da drinnen bei den Mädchen. So. Na bitte. 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 ich habe alle Schwierigkeiten gerade geschafft auf jeden Stern, alle Sterne, alle Schwierigkeiten nicht schlecht na, nicht schlecht es gibt ja immer so viele verschiedene Schwierigkeiten gerade die werden nur freigeschalten, wenn du einen im Super-Spiel geschafft hast, und dann alle Sterne brauchst ja da wurde immer freigeschalten, ja und irgendwann einmal habe ich es dann immer geschafft und dann ja 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 und da nehmen wir jetzt das Ding dann nehmen wir die Hellen so boah und so wenig Leben hast du am Anfang Leo, schon ja ich weiß, ich weiß, ich habe sie gespielt komm jener hin dann wird es immer mehr ja, dann nachher ja und dann verbessern dein Leben und so ja, und Prothese und so alles naja ja 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 das ist mir schon na hm 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 Ja, bringt uns jetzt nix, aber Patsch. Na bitte. Und das ist dann leider, und seit dann kommt auch immer so ein Gegner einen, der was dann da oben steht. Ja, komm, ja. Patsch. Ja, komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm her. Ja. 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 Aha. Okay. Wahnsinn. Nicht schlecht, ne. Na komm her. Ja. Ja. Na. Ja. was dann aber immer gestorben jetzt sowas Na, jetzt nicht. Ach ja. Na ja. Na ja. Warum in Deutschland? Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na, da. Na, da. Wie ist das, Perreien? Wie ist das? Ja. Na. Wie ist das, Perreien? Da hier leider. Da hier ja jetzt! Das ist Druck. Ampe. Na ja genau, legt ihr hier, Alter. Das liegt jetzt genau hier, wo er sich zustechen könnte. Na ja. 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 Dieser Schweiß ist bis zu deppert. Na. Na, der kann... Oh, ich schaffte. Oh, ich bin mal hier. Oh, man. Oh, man. Oh, ja, man. Oh, ich schaffte. Oh, ich schaffte. Ich schaffte, ich schaffte. Ich schaffte, ich schaffte, ich schaffte, ich schaffte. Alles okay. Basta ist. Alles, was ich, was ich sagen? Nee. Nee. No, ja. 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 Ja, okay. Ja. Was denn? Was denn das? Alles gut? Ja. Alles gut, doch. Ja. Was? Was sagst du? Aber sicher. Was war denn das jetzt, bitte? Wir haben das jetzt gemacht. Leo, hast du das jetzt gehört? Hm. Meine Ahnung, was das jetzt war. Hast du das gehört jetzt, oder nicht? Hm. Hm. Moment, das habe ich ja. Hm. Naja. Hm. Na ja. Na ja. Na ja. Ja. Hm. 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 Ach. Nichts, denn ich... Ach. Ach. meh 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 Bluco mio Bavina meh Baccio 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 Na Au Bah ba we shall not page bad but become become ja Ah, Mian! Aber was ist? Komm her, Dr. Rotter! Na komm! Na komm! Hallo! Na komm! Mann! Mann Gott! Hallo? Na ja? Na, ich hab mich stumm gescholten, weil ich wahrscheinlich das gemacht hab, was ich vorher gemacht hab. Na ja, wahrscheinlich hab ich stumm gescholten. Wie immer. Ein bisschen Neues. Hallo! Na ja. Wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, sicher hab ich stumm gescholten. Natürlich. Pfff! Na ja, mein Gott. Na ja. Wenn ich morgen oder übermorgen der Sonne schrei, wir sollen das weggeben. Dieses stumm schalten. Aus den Dingern. Überhaupt auch gemein. Ja. 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 Finde ich auch. Ja. 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 Das haben sie komplett blöd gemacht. Das mit dem... Mit den Stummern. Soll ich das wieder weggeben. Mhm. Mhm. Bei mir Adrian. Hast du sicher was니? Wie passt ja? Nein. Hallo! Bise. Hallo! 你 auch? Na ja? Bill, hallo. Und heute verlassen, die Pate verlassen, ja braverl, noch, na, was nicht, weil ich das jetzt vorher gemacht habe, oder, was ist jetzt wieder mit dem Scheiß-Besend aus, hallo, naja, dann, weil da vielleicht ist ja wieder rausgefunden, kann auch sein. Na ja, ich hab ein bisschen rausgefunden, was war, und darfst du mich vor den Sturm schalten, weil ich das gemacht habe, kann man nicht sagen, nur, weil ich das gemacht habe, es wäre ja nur Spaß. Na ja. Na gut, naja, 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 muss auch erst mal was geschickt, dass das Netz wieder nicht geht, Na gut, naja, kann ich aussehen, dass er sich wieder geschickt hat. Na, halt nicht. Ah, weh. Was ist mit denis? Ah, ok, wegen Regen wahrscheinlich, ok. Kommst du da noch rein oder kommst du gar nicht mehr rein? Leo, wie ist denn das? Na, das heißt, Das heißt, du kannst, wegen jetzt, jetzt wieder Probleme, ne? Na, bravo. Na, das heißt, wieder mal was, ne? Das heißt, Das wird wahrscheinlich heute wieder nichts werden, ne? Okay, na, bravo. Das heißt, Kann heute nicht, kann ich, das heißt, ich kann heute, Okay, na gut, 20 Minuten, okay. Weil, dann hätte ich gesehen, gehe ich ein bisschen spazieren, frische Luft. Und dann sind jede 20 Minuten vorbeinahmen. Aber, ja. Mhm. Das könnte ja auch machen. Ein bisschen rausgehen, frische Luft. Ja. Krass, ist jetzt ein bisschen kühler geworden, ne? Wollte ich nur sagen. Aber, habe gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen spazieren, und dann in 20 Minuten probiere ich es halt nochmal, wenn es geht. Ist super, wenn du noch reinkommst. Und dann, da gehe ich halt weiter nach, also ich gehe, und dann kann es mal nochmal zuschauen. Und, wenn es halt wieder nicht, wenn es doch nicht klappt, dann, vielleicht dann später. Dann, bis bald, bis gleich hier, okay? Bis dann, Keine Weile. Ja. Freie probiere ich es in 20 Minuten nochmal. Dann kommt irgendwie nicht mehr rein. dann. dann... ...